Ein Skandalvideo, das das Land auf den Kopf gestellt hat, das ist natürlich nach wie vor das ganz große Thema. Wir berichten heute über die Konsequenzen. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Nachrichtenüberblick auf KRONE TV. Heute Vormittag haben Norbert Hofer und Herbert Kickl ein Pressestatement zum Skandal abgegeben. Hofer hat angekündigt, die Spenderlisten der letzten Jahre veröffentlichen zu wollen und die Finanzen der Partei von einem externen Rechnungsprüfer prüfen lassen zu wollen. Außerdem hat er versprochen, nicht für einen Schmutzkübel-Wahlkampf zur Verfügung zu stehen. Falls die ÖVP darauf besteht, Innenminister Herbert Kickl zu entlassen, so werden alle FPÖ-Minister gehen, hat Norbert Hofer auch bestätigt. Kickl inzwischen hat vor allem die Leistungen der Bundesregierung betont. Er sieht sich hintergangen. Der Bundeskanzler hätte sich zunächst mit einem Rücktritt von Strache und Gudenus zufrieden gegeben, hätte dann aber Kickl loswerden wollen. Dabei ginge es kurz nur um die eigene Macht, behauptet Kickl. Er spricht von einer kalten und nüchternen Machtbesoffenheit. Am Sonntag gab es ein geheimes FPÖ-Treffen. Die Kronenzeitung war dank eines Lesetipps aber vor Ort. Der Plan war es, völlig abgeschottet von Medien und Journalisten Beschlüsse zu fällen. Das hat dann aber nicht ganz geklappt und Norbert Hofer hat sogar schon am Sonntag ein Interview gegeben. Darin gibt er sich kämpferisch. Als neuer FPÖ-Chef will er die Partei in einen guten Wahlkampf führen. Inzwischen ist ans Licht gekommen, dass Ibiza keine psoffene Geschichte war, wie der ehemalige Vizekanzler das in seiner Abtrittsrede behauptet hat. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel berichten über weiteres brisantes Material. Audioaufnahmen sollen beweisen, dass es nach dem Treffen mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte sehr wohl weiterhin Kontakt gegeben hat. Konkret zwischen Johann Gudenus und dem angeblichen Vertrauten, der im Video neben der russischen Frau sitzt. Die beiden sollen in Wien zusammengekommen sein und bei dem Treffen soll das langsame Vorankommen des besprochenen Projekts beklagt worden sein. Außerdem soll da auch vereinbart worden sein, dass die FPÖ eine ganz bestimmte Presseaussendung veröffentlichen soll. Diese wurde dann auch tatsächlich veröffentlicht. Darin geht es um den Strabag-Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner und seine politischen Netzwerke. Bei einem weiteren Meeting im August soll anschließend ein weiterer Termin mit der Oligarchen-Nichte geplant worden sein. Johann Gudenus ist aus der FPÖ ausgetreten. Heinz-Christian Strache inzwischen scheint aber mit einem Comeback zu liebeigeln. Auf Facebook schreibt er FPÖ jetzt erst recht. Der Standard inzwischen berichtet über WhatsApp-Nachrichten, laut denen Strache um das Wiener Bürgermeisterbüro kämpfen will. Die Freiheitlichen bestätigen Gedankenexperimente. Als Landesparteiobfrau der Wiener Blauen ist interimistisch Veronika Matthias Eck nachgerückt. Sie ist aber wenig bekannt und daher keine optimale Nachfolgerin. Wann in Wien gewählt wird, ist aber unklar. Bürgermeister Michael Ludwig hat gemeint, er sei nicht Sebastian Kurz und er wolle nicht aus taktischen Gründen wählen lassen. Dabei raten ihm sämtliche Politberater jetzt die Chance zu nützen und die Wiener Gemeinderatswahlen vorzuverlegen. Im Krone-Gespräch gibt er aber an, keine Notwendigkeit zu sehen. Wir sind im Gegensatz zur Bundesregierung ein stabiler Faktor, sagt er. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag im ORF vorgezogene Wahlen auch in Linz angekündigt. Dort stellt die SPÖ den Bürgermeister und die Freiheitlichen Regieren mit. Aus der Linzer Stadtpartei kommen aber etwas andere Ansagen. Dort will man generell Neuwahlen in Oberösterreich. In Linz allein sei das nicht sinnvoll, hieß es Montagfrüh. Sonst müsste man ja 2021 schon wieder zur Urne schreiten, denn da sind reguläre Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Und nicht nur Österreich ist erschüttert, auch international ist das Echo enorm. Die Weltpresse berichtet über das Video. Dieses Video bestätigt den schlimmsten Verdacht über Beziehungen zwischen der europäischen Ultrarechten mit Moskau, schreibt La Repubblica. Die Washington Post sieht Strache schwer unter Beschuss und die Deutsche Welt schreibt, Kurz befindet sich zum ersten Mal in seiner politischen Laufbahn tief in der Krise. Jetzt muss er zeigen, was er kann. Soweit die jüngsten Entwicklungen im Ibiza-Skandal. Wir halten sie natürlich weiter am Laufenden und wir hoffen, dass sie trotz der Aufregung gut in die Woche gestartet sind. Schön, dass Sie bei uns sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017